Der erste Schritt ist, Gott zu entdecken. Seine Größe, seine Transzendenz. Auf dem Gipfel stehen war für ihn das Symbol für das, was er sich für sein Leben erhoffte. Ganz nah bei Gott zu sein, den man da oben fast physisch berühren kann. Die Bergwacht fand heute die Leichen der beiden am Moncaio vermissten Bergsteigern. Seine letzten Worte am Telefon waren, ich habe den Gipfel erreicht. Es ist bewegend, dass er mit diesem Gipfel auch den Gipfel seines Lebens erreicht hatte. Wie soll ich sagen, er war eine Art Christus auf Erden. Man muss von ihm erzählen, das wird vielen Menschen helfen.